Also ehrlicherweise viel gereizt hast du uns erst mal nicht, aber wir haben die Notwendigkeit gesehen. Das heißt viele Kunden oder mögliche Kunden, mit denen wir gesprochen haben, haben uns gesagt, wir wollen eigentlich nur noch Standardtechnologie. Wir wollen nur normierte Lösungen, wir wollen keine proprietären Lösungen bei uns in der Industrie. Und das hieß für uns natürlich, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir mit gewissen Standards eben zusammen funktionieren können. Und genau daraufhin war ja auch unser Projekt letztendlich ausgelegt. Wir wollten über Wireless Standards lernen, wir wollten uns mit Leuten zusammensetzen, wollten darüber reden und uns eben in dem Sinne auch weiterbilden und eben auch dafür sorgen, Wireless Standard auf den Weg zu bringen. Das haben wir soweit gemacht, haben wir auch soweit geschafft. Es sind sehr interessante Ergebnisse daraus gekommen. Insbesondere wird mit verschiedenen Playern im Februar ein Workshop noch mal stattfinden, wo es darum geht. Da ist auch der DKE mit dabei und der TÜV Süd, das IFAC, weil auch was wir gelernt haben, Standardisierung macht sich eben nicht alleine und schon gar nicht, wenn ein kleines Startup aus Berlin kommt und sagt, wir wollen jetzt mal einen Wireless Safety Standard schreiben. Da gibt es auch genug Leute, die dann sagen, was wollt ihr? Also es geht auch hier komplett ums Vernetzen. Es geht darum, die richtigen Leute ins Boot zu holen, sich darüber Gedanken zu machen, ist es wirklich sinnvoll, einen eigenen Wireless Safety Standard zu machen oder vielleicht eine Modifikation zu einem existierenden Standard, die ich jetzt inzwischen ganz gut kenne, die ich vorher nicht kannte und was eben für mich auch sehr wichtig ist, verstanden zu haben, was es für Optionen gibt und was eigentlich auch sinnvoll ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.